Oh, schon wieder nicht Geisel, Mann, oh. Und damit hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hm, 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 Straße. Vielleicht findest du dir eine Mozi-Drohne, zählt die nicht? Nein. Hm. Sicher? Ja. Ja. Nein. Gibt's jetzt Kuchen? Ja. Ihr gebt nie Kuchen aus, weil sie den immer selber muttern. Wir müssen eine Bombe aufschauen. Hier hängt es auf der Leine und tropft. Wenn sie ausgetroppt ist, kannst du runternehmen. Hast du, führst dir Kuchen durch den Tropf zu? Ach, Gott. Guck mal oben. Unten, unten. Wie unten Waschküche heißt das? Unten, unten. Kapi, Kapkan. Ah, Kapkan, Finger weg. Blöder Typ. Ich hab's gesagt. Wenn er gegen eine Steinwand rennt, stirbt er sofort. Zehn Sekunden bis Einsatz. Kädel eingerammt, oder was? Lachschaden. Noch fünf Sekunden. Blachschaden. Haha. Bombe gefunden. Er hat Lehrer. Gelang zu ihrer Position und entschärft sie. Uh, das war knapp. Ich meine ja auch nur Krisen, ey. Hallo? Der Gemini. Merrick trifft das Fenster überhaupt nicht. Das Fenster ist doll beknackt geworden an der Garage mit der Zwischenwand. Clash. Clash haben wir gekauft. Oh. Hm. Merrick ist schon fast unten. Ella ist rechts an der Tür. Orix ist tot. Jetzt baut der eine Klemme auf. Ich geh mal durch den neuen Gang, da war ich noch gar nicht. Ah, der Motzi ist rechts. Scheiße, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh, was, wieso? Der ist rechts. Nein, der hat die Hälfte noch. Wie kommt der denn da bitte hin? Was ist das? Was ist das? Die Hälfte hat er noch. Es gab kein Meilen, unser Tor. Ein Schärfer muss zurückgeholt werden. Na toll. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Hier rennt doch gleich jemand lang. Power Treppe runter. Der weiß da bestimmt, dass der ein Schärfer da liegt. Das ist da bloß eine Säule, wo du da jetzt hinkuckst, ne? Mhm. Das ist ja da links zum... Einfach rechts. Oh, zugleich. Boah, ein eigener Trupp wurde eliminiert. Jetzt hatte ich halt, glaube ich, schon zum dritten Mal... Echt? Hm. Was hab ich das doch immer? Ich hab das auch schon oft gehabt. Da gibt's, glaube ich, schon mindestens acht Folgen, die so heißen. Waschküche, Nachschubraum können sie schon mal nicht sein. Außer Ubisoft meint doch. Guck mal, ob das wirklich noch steht, wenn sie da gewonnen haben. Das verfolgen wir jetzt mal. Ups. Ja, jetzt nix. Das sind wir ja Verteidiger. Dann bringt es auch nichts. Ja, ich mein für die Zukunft. Guck mal, wie nett wir jetzt zueinander waren. Jeder ist einmal gestorben. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ui. Da, hier. Oh, Clash wieder. Äh. Oh, diesmal bin ich gut durchgekommen. Kapkan haben sie noch. Kabi Kapkan. Ist. Na, ist das Ella? Ella, ja, ja. Oh, warte, cool. Trotzdem, das war Ella. Ella Propeller. Ah, das ist nicht Ella. Jäger, Jäger. Kapkan ist ja jetzt. Kapkan. Was? Wo bin ich hier? Mist. Hast du es aber heute mit den Spawns, wa? Ja, weil das mit dem Zugleich kam, schon öfter ist. Es war immer hier auf dieser Karte. Vorhin Baustelle, jetzt hier. So ein schöner Baum. Die Position ist so kacke geworden hier. Okay, ist jemand oben im Turm, in diesem kleinen? Ist das Fenster komplett aufschossen, oder? Nee, bloß angeschossen. Dann kam ein Schuss von oben durch. Der böse Bug muss oben hocken. Wechseln zum Gemini. Und? Was? Okay. Flash ist es. Hier oben ist niemand, oder? Flash ist hier unten am Fenster gerade. Ella ist auch da. Jetzt Gemini will sie nicht. Nein, auch gleich. Du musst sterben. Jetzt geht die weg, ey. Blöde Truller. Aber oben sitzt auch noch einer. Ja, die geht jetzt weg. Ich guck mal, große Tür rechts. Die macht sich wieder breit, die Clash. Krass, wie viel Schaden die macht. Ey, geht mal so auf den Zeiger. Ich würde sie gerne betäuben, aber sie ist immer in ihrer Ecke. Das bringt es nicht. Ich glaube, sie doch mal. Messer sie. Durch die Wand. Was? Oh, genau. In dem Moment kommt jemand an der großen Tür an. Äh, der große Tür. Hm. Blender eingesetzt. Wie so viel da hängt. 25 Sekunden. Die Rolltrag. Hinter die große Tür. Ja, das war die Ella große Tür. Ich finde diesen kleinen Turm mittlerweile sowas von bescheuert. Du bist da so unglaublich anfällig. Die Grit halt. Hättest du mal den Oryx gemacht und dich zusammengerollt. Gleich hätte es rüber auf die Grenze, Karte gehauen. Rüber hinaus. Sehr schwer, bevor Seraphinas Tür gelandet. Nee, danke. Ich glaube, ich hätte sie nicht reingelassen. Ding Dong, Pisser. Vielleicht wäre sie auch durchgeflogen durch die Tür. Dann hätte ich aber hinterher gerufen, leck mich. Die Bomben schützen. Anziehen die Matten. Wand befestigt. Da, Drohne. Hier, Serafina. Irgendwo, irgendwo. Hier. Durchschauen. Ich muss dich reinhalten, Serafina. Serafina, hier fährt bei mir einer. Ich weiß auch nicht, wo genau. Hier, Serafina. Gelber Ping. Schnell, ne? Das macht den Gegner kaputt. Gelber Ping. Schnell. Fährt in die Küche. Fährt wieder weg. Fährt zu Hawkeye. Hier. Mann. Gelber Ping, wo bist du denn? Die fährt gleich raus. Gelber Ping. Jetzt kommen sie alle an hier. Geht weg, geht weg, geht weg. Denk, ich hab sie. Mensch, ey. Das ist Montanje. Schwere Geburt. Montanje, ja, der ist für mich. Böses Auge eingesetzt. Hauen um. Du musst erst mal reinkommen. Jetzt stirbst du, weil man dich umschlägt. Warum unter die Drohung? Nicht schämen. Wir haben die dicke Gritzen. Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. Die hatten die dicke Gritzen. Da freust du dich, ja? Ja. Aber wie so ein Schnitzel. Oh, hier sind wir offen. Das ist ja uncool. Hier ist ein Server. Okay. Äh, für Serafina, pass auf. Über uns und so. Zug. Äh, Trax werden zerstört. Achso, es sind ja vier. Ich muss hier mal flüchten. Die machen oben die Decke auf. Ah, pff. Was, kein Kopfschuss? Oh, Junge. Kein Kopfschuss bei Montanje? Boah, bitte Tipp. Das Besorge ist verstellt. Ja, die machen weiter oben auf. Montanje ist drin. Hau ihn um. Das Problem ist, oben ist noch offen. Ja, oben ist auch noch offen. Das ist das Problem. Hinter Montanje ist jetzt jemand. Vorsicht. Weiß. Da könnte ich ja wenigstens mal heilen. Genau. Weiß ja nicht, wo ist denn du. Ich hatte selbst schon ein paar Spritzen-Intus. Die sind alle drei da. Oh, jetzt ist einer im Gang. Rauch, die entschärfen. Montanje in der Ecke entschärft. Oh, scheiße. Das ist ein Faktor, ey. Die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt. Er muss zerstört werden. Entschärfer lokalisieren. Da haben die mal Montanje und dann sowas. Den Entschärfer deaktivieren. Jetzt wird's interessant. Nicht mehr. Mission gescheitert. Hauptsache, sie hat aufhinein ihre letzte Drohne. Dankeschön. Wo warst du denn in der Waschküche? Das hat so lange gedauert. Ich? Ja. Nee, ich war nicht in der Waschküche. Ich war schon auf der Ebene, wo wir waren. Aber irgendwann brauchst du die Welt. Im Turm. Im Großen. Mann, oh Mann, das war was. Diese Herausforderungsjäger. Nur wegen Geburtstagspinselei. Ich glaub, Verwaden war das heute. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Tschüss. Und sowas unterstütze ich auch noch.